Herzlich willkommen zurück zu Aether Knights, meine Damen und Herren. In der letzten Episode haben wir die gute Min und die Sia in unser Team gekriegt. Wir konnten auch schon erfahren, welche Fähigkeiten sie hat. Die gute Min kann eine Barriere erzeugen aus Elektro, also aus Strom. Und die gute Sia kann Eis zappen, also feuern. Also sie kann was mit Eis machen auf jeden Fall. Gut. Der Plan steht, wir haben 10 Tage Zeit, die 2 Kerne in der Mauer zu finden und zu vernichten. Der Plan ist, wir gehen so weit wie wir können, wie wir es schaffen am ersten Tag. Und dann nutzen wir die restlichen Tage, also kurz bevor wir am Ende sind, gehen wir raus. Wir nutzen die restlichen Tage, bis nur noch 2 Tage übrig sind oder so. Und dann rocken wir es komplett durch und dann halt weiter. Das ist der Plan. So, aber ich habe gerade gesehen, ich kann ja noch die Techniken hier erlernen. Die wir dann mal ausprobieren werden. Wir haben einfach Maus, ne? So, deswegen, wir gehen los. Okay, was wollen wir da noch? Auf zur Mauer. Äh, warum steht denn rot? Vergiss es. Okay. Äh, wir werden uns wieder hier im Bild umgucken, weil die schwarzen Essenzen brauchen wir. So, um uns weiter aufzuleveln. Und es ist keine Sinn, dass hier welche rumliegen. Deswegen. Okay, ich kann keinen Wurf machen, aber ich gehe Dings ab, alles noch. Keine Energie. Ich hätte nichts rumzulegen. Das ist ja blöd. Gut, geht es auf der Falle rein. Ich hätte echt nichts rumliegen. Schade, ich überdachte richtig was rum. Das hätte mich jetzt, das hätte mich jetzt nicht verwohnt. Wer sucht, der findet. Wie gesagt, wenn ich da, also wenn mein Name da, also so guck, gucke ich auf den Chat. Cool. Gegner. Ich... Ich... Oh, Digga. Hier die Waffen sack. Okay. Das war's für heute. ich wollte mich verarschen wird das nutze ich keine magie so nicht so nicht so so, es wurde der Stoß sehr schön so, ich muss ja ok ach scheiße, es ist Eis oh, ich will jetzt oh, fuck ich muss erstmal reinkommen ich hasse die, die schießen warte mal kurz, wo ist denn der andere Typ ich hab doch Eis genommen willst du mich freuen ich habe Okay. Will ich mich verarschen? Verstehe ich irgendwas falsch? Ich muss den doch mit Eis die das Schild brechen. Nur das ist ja deine Schwachstelle, Eis! Das war's für mich. Das war's für heute. Wo rennt noch jemand rum? Ich geh jetzt die Technik durch. Nee, das war's, ne? Hey, kann ich das schon was übersehen? Oh, das Steinscher ist Papier aufs Prinzip. Feuer ist effektiv gegen Eis und Eis effektiv gegen Feuer. Okay, Herz, herrscht Herz. Das ist hier drüben. Und der Platz ist noch drüben. Alter, Schwede. Hi, Boy. So, mit dem Finisher gibt's nur für den Kollegen, der hier oben rumläuft. Mann, 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 Mann. Hier gehst du so laut auf die Ohren gescheppert. Hier nochmal mit. Immer schön überall hingehen. Ich bin so laut auf die Ohren gescheppert, dass ich meine eigene Stimme nicht höre. Hi, Boys. Na komm her Keule Hier ist wirklich wenig Was ist das wenn ich hier lang gehe? Hab ich zwei Wege? Widersünden Okay die hat Die hat Tower die Glitzern Ohr erfrischen diese Clean Dialoge mittendrin Auf jeden Fall Bin ich gut Von dort komme ich Wo ich jetzt schon sechs Essenzen gefunden habe Auf der kurzen Strecke Hei Der ist weg Ein richtiger Dauerrenner Wieder eine die spuckt Die sind schade Die sind schade Und dann aufbrembe Ich habe nicht Ich habe nicht Oh Oh Hey, die kommen schon Hm, komisch. Jetzt wird schon ein bisschen zugeschissen von der Kacke. Okay, wir probieren jetzt mal jetzt nächstes Mal eine Technik aus. Okay, das liegt besser als erwartet auf jeden Fall. Das müsste der Stoß gewesen sein. Der Todesstoß. Was lief? Was war jetzt? Schau, warte, titta. Muss ich sagen. Kann ich nicht lang. Nicht lang. Und die Treppe kann schon nicht. Also geht geradeaus. Kann ich nicht lang. Kampf. Mit zwei auf ehemal. Wuh! Ideal, da. Okay, das ist so genau. Das ist das Ding spreche. Zumindest kann man sich das gut merken mit der Schwäche. Fuck, der hat sich verschissen. So schlimm war das, der kann ich noch ein bisschen... Ich bin fast wieder voll. Das war ja einfach... Okay, 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 okay. Wir haben... Auge, Schwer... Auge, Schwertherz. Auge? Schwertherz. Gut. Ich muss mir alles auf ehemal merken. Deswegen ist es relativ spannend. Feuer. 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 So. Mal gucken. Rein, du bist jetzt Min oder Sia ran. Ein weiteres Tanzpuzzle. Nein. Nein. Also doch... Schwertherz. Oder oder nein. Perfekt. Aber... Ich würde sagen, dass ich das was gesagt habe. Wenn ich mich bei einer Haust conditionieren kann, dann kann ich niemanden auch bezahlen. Das Spiel ist zwei. Nein. Du bist bereit? Warum fragt sie mich eigentlich nicht, ob ich tanzen kann? Das ist eine sehr gute Frage. Okay, na gut. Der Code stoppt an dich, Min. Das wird witzig. Was ist er? Game over. Der Code ist so stolz auf euch, Mädels. Der Code ist so stolz. Aber weiter geht's.